Willst du reden? Nein, wir sollen uns konzentrieren und damit... Hi ho, meine Freundin, ich bin der Gambit Hero. Willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Oh, guckt euch die Augen an, der sieht immer beschissener aus. Das ist, was ich meine. Das ist, was wir tun müssen. F***, seid vorsichtig hierher. Naja, so viel wie schon schief gelaufen ist, hoffen wir mal, dass das nicht auch noch schief läuft. Hoffen wir einfach, hoffen wir. Aber so wie ich den Verlauf des Kapitels bisher kenne, lief so gut wie alles schief. Deswegen hoffen wir mal, dass es hier nicht der Fall sein wird, aber ich glaube, wir schaffen das. Und wir schaffen es. Natürlich. Müssen wir da jetzt runter? Ich hoffe mal nicht. Nö. Scheint nicht so zu sein. Zum Glück. Ich hoffe, wir überstehen das jetzt hier, diesen Weg. Ausnahmsweise mal. Wird auch schon dunkler. immer noch keine Spur von Clementine. Marschall's Hotel ist auf dem Block. Wir haben uns hierher. Also, es ist nicht so, dass es nicht so ist, wie eine Deathdraft. Wer geht erst? Du bist der Schmerz. Er hat eine Bustelung. Na, ich würde sagen, die Beinen gehen zuerst und das sagen wir denen jetzt auch. Super, ganz ganz toll. Ja, immer noch auf genau diesen Moment habe ich gewartet. Warum war das einfach klar? Warum? Es war einfach so, so klar. Ja, ich lasse mir was einfallen. Müssen wir da jetzt echt rüber? Scheiß drauf, ich mach das jetzt. Fuck it. Ich gehe für ihn. Gehe für ihn? Was das bedeutet? Das bedeutet, dass ich bereits beinahe. Ich muss nur auf die Weg durchgehen. Was ist das? Wir treffen uns außerhalb der Stadt, bei der Träne. Bist du verrückt? Das ist die einzige Weg. Du hörst mich? Ja, bei der Träne. Jesus, wir werden da. Gut. Hoffen wir mal, dass das klappt. Hoffen wir es einfach. Oh, scheiße. Haben die überhaupt noch Interesse an uns? Sie sehen nämlich gerade nicht wirklich danach aus, als ob sie uns essen wollen würden. Vielleicht, weil wir ja schon infiziert sind und es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis wir genauso rumlaufen wie sie. Oh, Mann. Oh, Mann. Diese blöden, dreckigen Scheißviecher. Oh, Mann, ey. Sie interessiert sich gar nicht für uns. Aber es macht einfach trotzdem Spaß, ihnen einfach nur Hackebein in die Fresse zu rammen. Einfach nur, um sich zu rächen. Für all das, was man uns angetan hat, was passiert ist und was noch passieren wird, dann sind wir am Hotel und hoffen mal, dass wir dort drin Clementine finden. Ich hoffe es einfach nur, ich hoffe es einfach. Aber ich sehe das auch mal positiv. Das ist ja schon fast zu ruhig. Ich habe ein bisschen Schiss, weil das hier wirklich sehr ruhig ist. So, hören wir erst mal. Wir hören nichts. Also können wir da wohl einfach rein spazieren. Okay. Ja. Da haben wir in der Falle. Was zur Hölle? Was? Was? Der ist es. Okay, okay. Okay, okay. Ganz ruhig bleiben, Freund. Ganz ruhig. Clementine. Clementine. Please, sweetie, your things, there. Okay, okay. Wir haben ja nichts weiter als das Hackebeide und dieses Walkie-Talkie. Wir müssen alles hinlegen, bevor es irgendwie auffällt. Gut. Go, sit down. Oh, scheiße. Nein, woher sollen wir das wissen? Nein. Ich weiß nicht nichts über dich. Du wirst nicht. Leute wie du nicht. Jetzt denkst du, wer würde es von mir haben, hm? Ein paar Wochen zurück. Das war seiner. Seiner. Aber wir haben nichts genommen. Wir haben nichts genommen. Ich bin kein Cannibal, Lee. Ein Körger in den Wald. Ein Villain. Ich bin nur ein Vater. Das war natürlich nicht richtig. Ich will nicht nichts sagen. Ich will, dass du wissen, was passiert. Hast du nie jemanden verletzt, dass du jemanden interessiert? Ja. Ja, natürlich. Wer? Meine Frau. Clementine sagte, dass sie nicht mit dir war. Ich habe sie ein lange Zeit gehört. Wie? Das ist das Wichtigste. Wenn du so sagst. Ich habe sie so schlecht gehört. Ich habe sie verletzt. Ich habe sie verletzt. Ich habe ihn zu spüren, obwohl meine Frau sagte, dass er zu jung war. Ich dachte, dass er zu lernen musste. Ich kam zurück ohne ihn. Ich habe sie gesagt, du bist ein Monster. Wir alle nachdenken, ihn zu suchen. Wir haben ihn nie gefunden. Wir haben ihn nie gefunden. Ich habe ihn so schlecht verletzt. Und dann kam wir zurück. Und alles unsere Sachen ist weg. Du bist, Lee. Das kassel in der Ball-Cap. Das stöpige Frau. Katja. Ich hätte sie wiederverletzt können, wenn sie unsere Situation so schrecklich gemacht haben. Es ist nicht meine Schuld. Die Hunger wir haben, die mehr sie blämmen mich. Bis sie endlich genommen haben, Elisabeth, und weg. Sie haben nicht weitgeholt. Ich habe sie gefunden. Ein Tag später. In der Straße. Ich bin ein Mönster für dich. Nein. Nein. Ich bin nicht wie du. Du hast einen Mann mit einem Pitchfork in der Mitte einer kleinen Frau. Ich habe das, was ich muss. Du hast einen Mann getrennt aus einer Winde und in der Nacht. Woher weiß er das alles? Du warst nicht da. Wie viele Mal hat sie mit dir almost sterben? Du hast es nicht besser gemacht. Das ist genau das, was ich gemacht habe. Wow. Wow, 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 wow. Ruhig bleiben. Ruhig. Ruhig. Ganz ruhig. Wie kannst du all das wissen? Du bist ein Mönster. Du bist ein Mörderer. Und ein Thief. Und ich werde dich so bad verletzen. Und ich werde dich so bad verletzen. Ich habe dich nicht verletzt. Ich habe dich nicht verletzt. Aber du hast alles, was du gemacht hast. Aber du hast alles, was du gemacht hast. Und ich werde dich nicht verletzt. Und ein Schicksal. war- Ich weiß, wie ein Vater sein, du wißt du? Sie werden nicht mit deinem Leben verwendet werden. Das ist nicht passiert. Du bist verrückt. Verhalten Sie mit dir ist verrückt. Lass uns gehen. Nein, nein, ich glaube nicht. Du gehst weg. Und wir beginnen eine neue Familie. Was für ein krankes Arschloch. Hey Honey, ich denke, das wird alles funktionieren. Was? Ich bin auch glücklich. Ich wünschte, du hätte es nicht so schlecht bekommen. Aber es ist alles vorbei, Honey. Ist es nicht? Ich liebe dich so. Ich liebe dich so. Ich liebe dich, Honey. Ich liebe dich so viel, Tess. Du magst Clementine viel. Sie ist nicht Lizzy, aber sie ist süß. Sie würde sie nicht fliegen. Oh Scheiße, das war nicht ganz so, wie wir es wollten. Oh Fuck. Oh Scheiße. Verschwinde, du Penner. Verreckt. Du blöder Penner. Oh mein Gott. Du krankes Arschloch. Oh Scheiße. Oh Fuck. Oh. Oh mein Gott. Clementine. Sie hat uns das Leben gerettet. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh my Gott. Ja, dein Arm ist weg. Warum? Das ist so schrecklich. Ich hatte ein Verrückter. Wir sprechen über es in einem Ort sicher. Du bist nicht gut. Ja, ich weiß. Clementa, wir haben nicht viel Zeit. Okay. Ich bin sorry, Lee. Ich bin sorry. Shh. Es ist okay, sweetie. Wir müssen dich in einander. Und dann müssen wir sprechen, okay? Ja. Alles ist okay, jetzt. Wir müssen herausfinden, wie wir aus der Savanna rauskommen, so schnell wie wir können. Ja. 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 Ja.